Die Inflation ist zurück. Acht, neun, gar zehn Prozent werden für den Herbst erwartet und die Frage, die sich alle stellen, ist, ist sie gekommen, um zu bleiben? Was ist eigentlich genau Bitcoin? Was genau bedeutet eigentlich soziale Gerechtigkeit? Warum ist Google, warum ist Facebook, warum ist Apple so groß? Sollte es dabei bleiben, sollten wir nicht als Gesellschaft Interesse daran haben in einem fairen Wettbewerb. Wie beeinflusst der Krieg in der Ukraine, wie beeinflussten Kriege im Allgemeinen die Welternährungssituationen? Wenn Sie an Antworten auf diese und weitere Fragen interessiert sind, dann lade ich Sie herzlich ein, an unserer Ringvorlesung Aktuelles Wirtschaftsgeschehen teilzunehmen. Hier in Präsenz, mit der Möglichkeit, sich anschließend auszutauschen, untereinander mit dem Referenten oder auch online, melden Sie sich einfach über die Website an. Ich freue mich auf Sie. Ich freue mich auf Sie. Ich freue mich auf Sie. Untertitelung des ZDF, 2020